Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Ich habe jetzt ein neues Texture Pack drin. Ich hoffe euch gefällt es. Das ist vom Gronkh. Hier. Das werde ich vielleicht mal noch in die Link stellen. Und ja, ich habe jetzt mein Haus komplett in Erde gehüllt. Äh, in Holz. Ich habe noch einen Balkon gebaut. Und ja, jetzt. Ihr seht, das ist richtig cool. Also so sollte Minecraft aussehen, meiner Meinung nach. Uuuuh. Also hier ist einmal dann... Hier sollte noch Glas hin. Habe ich Glas dabei? Nein. Dieses blöde Portal geht mir echt auf die Eier. Habe ich hier Glas. Nein. Shit, man. Jo. Mein Balkon. Hier, das ist Glas. Was? Diamant, Kürbis, Steinziegel. Steinziegel. Da müssen wir doch gleich mal. 51 Kohle, 47 Plasterstein. Da müssen wir doch mal gucken, wo das Zeug schon steht. Ah, unten im Keller. Ich habe auch noch einen Keller, aber den muss ich noch ein bisschen... Oh, ein Kübis. Ich will mir auch unbedingt noch Tiere zulegen. Das ist gerade diese Scheißmusik so scheißlaut. Und... So, jetzt. Sattel, Redstone, Sam... Ah, Glas. Den werde ich auch noch in einem Pod ausbauen. So. So. Nein. Nein. Dieses blöde Portal ist immer aufhören zu jappen. So, um, Klaas gegen erd. Lass uns raus springen! Oh, Scheiße geht da nicht. Oh, diese blöde Musik. Sorry, aber ich kann das jetzt nicht gebrauchen. Ja, und nach diesem? Ich glaube, ich entferne das Portal. Es geht mir so auf den Keks. Blödes Portal. So. Jetzt ist hier kein Portal mehr. Jetzt nervt's auch nicht mehr. Obsidian, jetzt. Clostorm hab ich hier auch noch. Oh, das sieht doch schon wunderbar aus. Oh, jetzt bin ich auf meine Rattle Stone Leitung gestoßen. Nein! Ach komm! Ja, ich coordinateز denzt, ich nehme den KGr, mir das bisher nicht zu. Ich sage ich euch mal an, wie die erste schlichtcut. Das macht zwei, sich tust durch. Aber jetzt sonst nicht mehr lesen für die Zelle ist. Die ganze Straße ließen wie bei dem Konzin auch die da. So lange trafen sie dich gef lleva. Sorry. Wunderschön. Das muss es sein. Das hier ist Samen. Jo, also. Rohes Hühnchen. Da haben wir hier noch schönen Weizen, Diamant, Steak. Ja, wir werden als erstes mal nach unseren Steinziegeln gucken. Purer Stein. Auf in die Schlacht. Hier. Also, wir gehen mal dann ein bisschen Holz hacken. Holz hacken, Holz hacken ist cool. Holz hacken. Ich finde, das sieht so gigantisch aus. Mit dem neuen Picture-Pick. Holz hacken. Holz hacken. Holz hacken. Holz hacken. Nein!